Musik Herzlich Willkommen zurück am Postabend bei diesem tollen Briefkasten hier in Nier. He, hat sich gereimt und wir, aha, eine Maus, eine Maus. Und wir sind wieder auf dem Weg in dieses Fabrikgelände da, ähm, oder Müllberg oder wie auch immer das Ganze heißt, um die Mutter jetzt am achten Tag zu retten, wenn sie noch zu retten ist. So, ah, noch eine Maus. Ich musste gerade mal meinen Kater waschen, der war irgendwie schmutzig und ja, er mochte es nicht so sehr geduscht zu werden, aber hat es dann, ja, mit milder Gegenwehr dann doch erdulden lassen. Mh, ah nein, da kann man auch runterspringen. Ja, ne, ist klar. Ah, na komm. Ah. Ähm, wo war das denn jetzt noch gleich? Glaubt, da hinten geradeaus und dann irgendwo da, wo da nichts weiter ist, wir müssen ja zum Aufzug hin. Ah, müssen wir den schon wieder verschieben. Hat den irgendein böser Roboter zurückverschoben? Äh, äh, schieb, schieb, schieb. Und, hepp, und, hepp, und. So. Okay. Mal gucken, ob der Aufzug hier lang war. Er war hier. Wähle ein Zielort. Erstes Obergeschoss. Ja. Hm. So, und wir sind im ersten Obergeschoss. Damenunterwäsche, äh, BHs und, ja, wer hat es denn Damenunterwäsche? Ach, so schnell konnte ich jetzt halt nicht. Wow. Na, kommt näher. Hoho. Alle kaputt. Mal kurz die Karte betrachten. Ah, es gibt hier nichts mehr. Ähm. Haben wir irgendwo eine Abzweigung verpasst? Ja, ich glaube schon, oder? Hm. Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Wir sehen aber, dass dahinter ein Gang ist, ne? Dahinter ist nichts mehr, zum Beispiel. Was? Ähm. Hallo? Moment. Also, Grimoire weiß. Missionen? Laufende Missionen? Hm, nein. Das sind ja alle Missionen. Oh, der Status. Hm. Hm. Okay, nee. Tja, Scheibenkleister. Müssen wir dann doch nochmal da oben in den Müllberg rumsuchen? Hm. Es ist ja, sie ist tiefer reingegangen. Ah, wir haben extra die Karte bekommen. Den check ich nicht wirklich. Mal gucken, ob wir irgendwo was finden. Äh, falscher Knopf. Ah, da ist doch noch ein Raum, den wir noch nicht erforscht haben. Hier, da. Oh, Party mit Robotern. Oh, oh, oh. Immer diese Schrottroboter überall. Tja, gute Frage. Wo ist sie jetzt hin, verdammt? Ich meine, hier waren wir ja schon, oder? Ah, bleib mir von der Pille. Ah, bleib mir von der Pille. Oh, Stufenaufstieg. Da hat sich zumindest das gelohnt. Ich wüsste zu gern, ob man hier irgendwo hebeln kann, dass da die kaputten Türen wieder, äh, sie öffnen oder so. Vor allem tiefer rein geht's ja hier gar nicht. Es scheint, als wären wir eingeschlossen. Ach, nicht schon wieder. Ja. Ich weiß nicht. Die Welt mistakenOK- Sobald die anfangen mit ihrem Scheißstromkauern, die schön weg von sich wegschieben. So. Ah nein, noch nicht ganz. Schade, habe ich jetzt verpasst. Ich wollte gucken, ob einer hochkommt. So. Okay, dann gucken wir uns eben noch mal um. Ist hier noch ein Aufzug vielleicht? Ach ja. Okay. Okay. Okay, spannende Sache. Ich konzentriere mich gerade hart darauf, die Feature zu töten. Ah, verdammt. Ah, das tat aber weh. Eigentlich nicht so sehr, aber wir haben ziemlich viel Blut verloren. Oh, scheiße. Seit wann können sie das denn? Ist das etwa der Boss? Es war der Boss. Also der Miniboss oder wie auch immer. Da sind sie wieder und machen Party. Da sind sie wieder und machen Party. Wenn man die auch beiseite hält, einfach. Oh. Geh kaputt, geh kaputt. Tja, jetzt sind wir ein weiteres Mal hier durch, aber haben immer euch die Mutter gefunden. Okay. Heilen ist auf jeden Fall mal eine gute Sache. Verwollte Metallplatten dürften wir jetzt auch en masse haben. Ähm. Hier ist immer noch kaputt. Ja. So, und das ist doch der einzige Aufzug hier drin. Tja. Er ist Sobergeschoss. Habe ich mich da irgendwo verguckt? Sollen wir nochmal in Ruhe umgucken? Na komm raus. Tja. Also ist kaputt, lässt sich nicht öffnen. Kaputt lässt sich nicht öffnen. Kaputt lässt sich nicht öffnen. Kaputt lässt sich nicht öffnen. Hier ist aber nix. Hier ist absolut nix. Tja. Dann wieder zurück ins Erdgeschoss und keine Ahnung. Raus. Gucken, ob da noch ein zweiter Eingang oder so ist. Ansonsten müssen wir doch erstmal die anderen Quests erledigen. Ah, ich seh nix. Und? Ja. Kein Plan. Aber wir waren doch richtig. Wir wurden auch darauf angesprochen, als wir hier reinkamen. Warum wir denn immer helfen? Moment. Ist das neu? Das ist neu. Wir haben noch einen Aufzug gefunden. Ah, das Untergeschoss. Ah. Wer hätte das gedacht? Also ich habe damit gar nicht gerechnet. Winke, winke. Hm. Okay, das sieht schon eher danach aus, als wären wir richtig. Ah. Geh mir von der Pelle. Oh. 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 Tja, gibt es hier viele Wege, die wir falsch nehmen könnten? Nee, einfach immer nur dem Weg folgen. Man weiß aber nie, ich gucke mich lieber noch mal ein bisschen um. Lol. Tja, so geht es auch. Geht mir, geht mir weg, geht mir weg, geht mir weg, geht mir weg. Geht weg hier, geht weg hier. Oh nein, sie explodieren jetzt alle. Runter. Noch mehr verbeulte Metallplatten. Töp und hepp und hepp und hepp. Okay, wieder ein Keinkampf? Ah. Was? Wir müssen in diese Richtung da. Ah. What the fuck? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Zerstörbare Zäune. Einige Inlandnisse können mit Sprengstoff zerstört werden. Oh. Bombe aufheben und fallen lassen. Oh. Haha, cool. Oh oh. Hallo, jemand zu Hause? Manche Türen sind hier so unnutz. Glaub ich zumindest. Was ist das? Loren benutze. Okay. Um die Richtung deiner magischen Angriffe zu ändern, während du in der Lore fährst. Zu dem kannst du die Geschwindigkeit der Lore erhöhen oder verringern. Die Richtung des Ver... Okay. Ah. Sieht zwar komisch aus. Ich habe es verstanden. Das haben wir vorher selber schon rausgefunden. Oh man, ich will Items haben. Und die droppen so ja keine Items. Ah, das nicht. Boah, da kommen immer mehr. Okay, jetzt wird es langsam etwas härter. Schön, haben wir es. Mami, die medizinischen Kräuter benutzen, die wir sonst eh nie benutzen. Ja komm, Lore, gib Gas. Ich will da jetzt raus. Juhu. Okay. Nee, die Tür ist kaputt. Man ist schon so weit im Spiel und kriegt immer noch die ganzen... ähm, die ganzen Tutorials. Okay. So. Kanonen sind auch hinüber. Oh, wo haben wir denn jetzt die Bomben? Ah. Das war Fail. Haben wir doch getroffen. So schwer ist das gar nicht. Ah. Okay. Oh. Ziemlich tricky. Man muss Doppelsprung machen und dann noch in der Luft rollen für diese Luftrolle. Ja, glaube ich auch nicht. Hm. Oh, for that matter, that she has been collecting scrap metal for a solid week. Hm. Hm. Open your eyes, fool. The woman's clearly... That's enough, Vice. Those kids are in a bad way. Maybe they just need a... Miracle. Miracle? Ha! Okay. 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 Okay.